Ja, hi, ich bin Johannes. Ich heiße Stefanie. Wir sind so richtig leidenschaftliche Griller. Ich lasse mich gerne inspirieren. Ich suche mir Qualität aus. Natürlich greife ich auch zu Angeboten. Also, wenn das Produkt stimmt und der Preis stimmt, dann schlage ich gerne zu. Lammspieße, Schaschlikspieße, Bauchspeck, Bratwürste. Da ist alles dabei. Das Schöne am Grillen ist natürlich auch der Geschmack von der Holzkohle. Also, ich finde Grillen so super. Ich grille sogar bei meiner Hochzeit. Real. Einmal hin, alles drin. Das Schöne am Grillen ist natürlich auch der Geschmack.